Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Jan und euer Oldie von Immer am Limit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge A Way Out. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit uns gemeinsam die Geschichte fortzuführen. An meiner rechten Seite natürlich wieder der jutzte Jansen am Stizzle. Hallöchen Digga. Hallo zusammen, hallo Oldie, hi. Hallihallo. So, hast du Bock? Hast du Lust? Na klar, du wolltest doch mal telefonieren jetzt hier, oder? Ich wollte mal telefonieren. Letzte Folge haben wir uns ja Knarren besorgt, sind jetzt auf bittere Rache und wir suchen den Harvey, haben schon den Typen da, wie hieß er, Ray? Ja. Den haben wir gefoltert, um zu erfahren, wo der gute Harvey sich befindet. Und wir haben noch erfahren, dass meine Frau in den Venen liegt. Hey, hey. So. Aber wirklich, du siehst wie Scheiße. Alles, was ich für dich tun kann? Hey Mann, bist du tot oder was? Lass mich alleine, damit ich schlafen kann. Na, der will pennen. Der will einfach pennen. So, ich geh mal kurz hier telefonieren. Ja. So, was hast du für dich erwartet? Du gehst verloren. Ich hab noch nicht genug Kleingeld. Ah, der, der, der Penner hat auch da clean hier, oder? Ja, ja. Da geh ich mal von raus. Du musst dich mit dem unterhalten, ich hab verschissen bei dem. Toll. Ich hab ihm gesagt, der sieht scheiße aus. Ich hab ihn mit. Du bist okay? Der Krieg, Mann. Ich hab mich auf. Ich hab mich wirklich auf. Die Krieg kann das tun. Ich kann das. Natürlich kann. Du hast es gesperrt? Nein, ich hab nicht. Was der Herr, du wissen, was du über das? Es ist nur mein Glück. Ich habe Kleingeld, was hast du denn mit der alten geklärt? Ja, ja, die hängt da nur rum. Ah ja, mit einem Brecheisen in der Hand. Ja, ich weiß auch nicht. So, mach mal einen Call. Ja, mach mal einen Call. Mach einen Strich, ne? Wen du erreicht hast und all sowas. Hehe. Hey, es ist Vincent. Ja, ich bin gut. Danke. Schau. Ich muss irgendwo fliegen. Äh, morgen. Kannst du das funktionieren? Okay, groß. Ja, bitte. Versuchen wir mal ein Flugzeug. Was? Oh, jetzt erfährt er von seiner Frau glaube ich. Wo ist sie? Okay. Okay, okay. Okay. Danke. So, Flugzeug ist organisiert. Ja. Du hast uns ein Flugzeug? Ja. Ja, ich habe. Aber ich muss nachdenken. Was? Was hast du gesagt? Du okay? Ich bin gut. Aber ich muss nach woanders sein. Hey, du kannst nicht einfach weg. Ich bin nicht weg. Aber etwas passiert, und ich muss nachdenken. Okay? Okay. Vincent. Wir kommen zu weit, um zurück zu gehen. Du musst mit mir sprechen. Sag mir, was passiert in deinem Kopf? Geh mit mir! Ich kann nicht darüber sprechen. Ich kann mich verstehen. Ich verstehe. Was? Was hatten wir für einen Scheider im Kopf? Digga! Okay. Fine. It's my wife. She's... Oh shit! Alter! Aber wir sollten eigentlich gut schießen, oder nicht, ne? Ne. Spast! Shit! The guns are in the car! There's no time for that! We have to go! Come on! Yeah! Okay, wir müssen wohl sprengen. Quick! Come here! Leo! Hold on! I'll help you barricade the door! So, wir müssen das Ding hier schieben. This should buy some time. We gotta get out of here. I know. Okay, wir müssen wahrscheinlich da oben. Da oben lang, genau. Ich sehe es! Hier muss ich aber wegschieben. Geh da oben, nicht! Pusche dich über! Leiter hoch? Hier, Leiter hoch. Da. Hier die Treppe. Ja. Sag doch Treppe und ich sage Leiter. Schieß über's. Jetzt? Jetzt muss ich eh nach rüber schieben, glaube ich. Ah ja. Oh fuck. Warte, bleib oben stehen. Ja. Komm her! Komm her! Ich lebe dich ab! Ja! Komm her! Okay. Okay. Oh, das hat wahrscheinlich nicht so lange gedauert. So, und jetzt nochmal. Komm her! Komm her! Du gehst hoch und ich schiebe! Ja. Up there! The vent! I see it! Leo! Get up there and I'll push you across! Oh nein! Oh man! Oh man! Alle Zeit! Droff? Ja, ja! Oh, jetzt bin ich schon wieder untergefallen! Alter, du fettfingers, ey! Ich fettfinger echt! Weil diese drei Bilder auf einmal bin ich überhaupt nicht gewohnt, ey! So, jetzt! Wir drauf! Dann brauchst du bloß unten hinkicken! Ja, ja! Das reicht mir ja schon! Ich glaub wir waren wieder zu... Also ich war schon wieder zu langsam, glaub ich. So. Ach so. Komm her! I'll lift you up! Okay, schneller rein! Oh, war knapp! Das war knapp! Oh, jetzt ist er da! Oh, ey! Okay, wir müssen da jetzt rüber! Und am besten wahrscheinlich... Ah, wir müssen das hier nehmen und schieben! Komm! wait! Tja! Wie munitionen hatten der Spaß? Ja, frag ich mich, na gut, der lädt ja immer nach, Alter. Aber... Bis jetzt? Oh! Oah! Ja, mach. Jetzt musst du mal runterkommen, wahrscheinlich. Gar nicht. Naja, aber zackig. Alter, der ist gut. Auftragskiller. Alter, Vater. Lass ihn gehen, du sonnige Bitch. Oh, jetzt haben wir wirklich ihn umgebracht. Ach, Quatsch. Der ist nur bewusstlos. Ah, okay. Meinst du? Nimm mal einen, nimm die Knarre mit. Wäre nicht schlecht. Schau. Ich weiß nicht, was mit dir passiert ist. Aber wir müssen, was wir angefangen haben. Harvey wird immer wieder Leute senden, wie das. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, wie das ist. Dann, warum die heller du willst, all of a sudden? Das ist meine Frau. Sie ist in der Krankenhäuser. Was ist der Problem? Wir haben nur ein Baby. Das ist eine gute Nachricht. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Ja, das ist toll. Danke. Du bist nicht so glücklich. Du bist nicht so glücklich. Du bist nicht so glücklich. Ich bin glücklich. Es ist einfach... Es ist wirklich kompliziert zwischen mir und meiner Frau. Schau. Kompliziert oder nicht. Du musst nachdenken einen Kind. Was ist passiert zwischen dir und dir? Es ist immer dein Kind. Ich weiß. Du bist richtig. Natürlich bin ich. Du bist, dass ich bin. Ja. Nimm die Waffe mit, Mensch. Oh, Mann, ey. Versteht das nicht, ey? Ja, nicht. Das ist das erste, was ich denken würde. Na. Und Captain, natürlich. Und Captain Morgen. Schön mit Eis. You know? I could tell it was your first kid. You could. Yeah. Back at the hospital. The way you were holding your baby and shit. I mean, sorry about the shit part. I... I didn't mean it in a bad way, you know. But, yeah. Anyway. It's a great thing watching your kid grow up. Yeah. I can imagine it is. What's wrong, Mann? What's the problem with you and your wife? Look. Carol is the love of my life. We've always wanted to have a child. We've tried for years. Every time we failed. It was like a part of us died. And when it finally happened. A day when we found out. We've never been so happy. Then, everything went to hell. And I ended up in prison. Damn. Yeah. Yeah. We've been so happy about big buddies, Digga, wa? My life is not easy. I said. It's not a Ponyhof. No. Garten Hillen Medical Center. Eigentlich müsste wir uns auch mal einen anderen Wagen besorgen, ey. Echt? Mal die gleiche Kiste, wa? So. Ich glaube, wir müssen mal gucken, wo hier die Station ist. So. Was will er hier eigentlich? So confusing. I don't know, they seem pretty straight forward to me. Oh, hi. We need to take care. 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 Sorry, I'm not. Do you know what you're looking for? No. I don't remember. Oh, hey. Alzheimer. Not really. Do you? What? Look, you should probably talk to someone who can help you out, okay? Should I? Sollte ich das? Mal sehen, kann ich noch was mit dem klären? Excuse me, Sir. Do you know where the hospital is? You're in the hospital. Ha! I am? Oh. Yes. Are you sure? Yes, I'm sure. I get confused easily. Everybody keeps telling me, I'm senile. It's a good thing that you're in the hospital then. Wow. I guess so. Hey, language. Sorry, sorry. You're gonna be okay, kid. So, Fahrstuhl. Wo ist der Fahrstuhl? Auf der anderen Seite wahrscheinlich, wa? Oh. Oh, ich höre schon wieder Bullen draußen. Geh mal hier lang. Mal sehen, was der Tfäner ist hier. I'm sick, man. I know I don't look sick, but I am. I really am. And why are you telling me this? I thought she's home on you. Because nobody believes me. My sick double? Why are you two twins? We're twins. Ah, hey. We're in unagleicheidig. Maybe everybody's on or something. They're not. And no, I'm not a hypochondriac. So what about your doctor then? What does he have to say about it? That's the problem. He thinks I'm making all this stuff up. Can you believe it? Yeah, I can. Maybe you should start believing it too. You're just like all the rest. Just leave me alone. Why can't you be more understanding? I'm trying. No, you're not. You're complaining that I'm complaining. Yeah, because you are. You are way too old to drive. No, no, no. Trust me, I'm fine. Let me guess. Car accident? Yes. It's the third time in six weeks. She says I'm too old to drive. I broke my arm once. It didn't hurt. Really? How? I blew it every... How old are you, sir? If you don't mind me asking. Oh, no. Not at all. I'm 81. 81? You're 89. He's 89. I could have sworn I was 81. 89? Oh my God. 89? Maybe I am too old to drive. Maybe you are. Yeah, I don't know what it is yet. But you should definitely stay away from me. 89 and he's driving for the car. What about that with him here? Hey man, watch it. Can't you see, I'm in pain here? What's your problem? I didn't even come close to touching you. Yeah, but you could have. And it would have hurt like hell. Ah, yeah. Ah, what happened to you? Hey, I broke my rib. At work. Bet you get a nice insurance claim out of that. Hey. What are you saying? You heard me. Oh, here is again a game to play, nigga. Yeah, let's see. Let's take a look here. Matzefix. Patzefix. Ah, look here. You win or something. Come on, just one game. Alle. This game looks pretty fucked. Oh. Ahem. Ah, yeah. Ah, fuck. T-t-t-t. T-t-t-t. T-t-t. 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 1-2-3-4-2-0 2-3-4-0 3-4-0 3-5-0 3-5-0 3-5-0 4-0 3-5-0 4-5-0 3-4-0 4-0 5-0 Was ist das? Na? 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 Just make your move, Einstein. Halt die Klappe. Ne Ball! Ich weiß nicht. Und gewonnen. Zack. Warum? Ja, warum hol? Aha. Come on. Ha! Sehr gut, sehr gut. Ich wüsste, dass du das nicht gesehen hast. Ja, richtig. Hey Leo, komm hier! Ja, ja, entspann dich. Na komm, zack zack hier rum. Warte. Oh oh. Fuck. Security, Security! Möchtest du gegen Security? Du siehst uns familiar. Hab ich dich vorher gesehen? Nein. Ich glaube nicht. Hm. Okay. Alles klar. Du bist irgendwie aufs Maul auch, ne? Du bist irgendwie aufs Maul auch, ne? Du bist irgendwie aufs Maul auch, ne? Ich bin sicher, dass ich ihn gesehen habe. Es ist wahrscheinlich mich. Es ist? Ja. Ja, ich bin hier viel. Ich... Oh. Ich habe diese Krankheit. Die Doktorinnen können... ... ... ... ... ... ... ... Sie müssen sich über das Wissen beschäftigen. Sie denken nicht, dass es beeinflusst ist, es ist okay. Alles klar, das ist mein Platz, also fühle mich besser. Also, ihr seid bereit zu sehen, ihr Baby? Ich bin mehr nervös. Aber was hättet ihr da draus gemacht? Hättet ihr ihn aufs Maul hauen? In der Wirklichkeit? In so einer Situation würde man da nicht stecken, ne? Oh cool, balancieren. Wie viel kann das sein? Ja, ich bin wirklich gut an das. Das ist das, was ich dachte. Scheiße, ich hab mal aufs Maul gepackt. Ja doch mal, kann nicht wahr sein. Was muss man denn da machen eigentlich? Hab's nicht verstanden jetzt, ne? Was muss man denn machen? Du versteh' jetzt grad nicht. Ne, das versteh' ich wirklich grad nicht. Ach, das sind die Sekunden, wie lange man das hält. Okay. Ach so. Ich versteh' das nicht. Ich versteh' nicht, was man da machen muss. Warte, eine Runde noch, eine Runde noch. Eine Runde noch hier. Ich muss da mit nem Stick arbeiten oder so? Ah ja doch, mit nem Stick. Ahhhh. Ich hab den Bogen raus. Ja, ich seh' das. Ah, so schwer ist das ja nicht, wenn man wisst, wie es geht. Ahhhh. Wow, ah! Ah! Ah, mein Back! Sechstes Wahnsinn! Muss los, Alter! Ah, Wheelie-Meister, was willst du denn? So, okay. Ah, da sind schon mal die Babys. Was ist mit ihm hier? So? So? Was ist hier passiert? Ah, die Bogen blöden. Das ist die dritte Mal diese Woche. Problem mit dem Wiring? Nein, das Wiring ist gut. Ich denke, es ist ein Ghost. Was? Ah, nicht hör' nicht. Was hast du denn für? Bier, Mann? Was hast du denn? So? Ach so? Du wirklich denkst, es ist ein Ghost? Ah, ja. Geister. Oh, ja? So, warum ist dieser Ghost breaking bombs? Weil, er versucht uns etwas zu erzählen. Ich bin ernsthaft. Vielleicht versucht es euch zu erzählen, dass du schlechte Wehrer hast. Hm. Vielleicht. War das bei dir, ein Sophie, der nicht an sein Bier rankommt, oder was? Ja, ja, genau. Okay, ich glaube, ich muss jetzt mal die Schwester hier fragen. Da sitzt noch eine Schwangere. Warte mal. Mal kurz zu der nochmal hin gehen. Wer will schon den Jungen? Ich bin doch hier alt, oder? Das ist das gleiche, was meine Mutter gesagt hat. Bis sie dich hatte, ich glaube. Nein, sie hat eigentlich immer gesagt, bis zum Tag sie sterben. Das ist, warum ich eine Frau habe. Ah, ja. Gut, gut. Und du willst wieder in die Ruhe kicken, ne? Ach. Ah. Ah, wir haben ja noch Zeit. Mal kurz. Oh, Mondlandung. Cool. Mega interessant. Ausmachen, falls noch eine Nachricht von uns was kommt. Ah, stimmt. So, ich frage jetzt mal die Uschi hier. Ja, pass mal. Meine Frau hat nur ein Baby gehabt. Was ist der Name, bitte? Äh, Carol. Schon. Genau, folgst mich, Herr. Danke. Wahrscheinlich muss ich warten, ne? Mhm. Wegen deiner Nase krieg ich ein Kindangst. Spass. Hey, Leo. Kommt? Kommt, Leo. Ich bin doch schon da. Also siehst du mich näher? Was soll denn da? Hey, Carol. Bist du okay? Ich bin okay. Vincent, was machst du hier? Sie ist auch meine Frau. Alter, die klingt auch wie sie 7 Tage Regen machen. Das ist, äh, mir. Echt? Es ist schön, dich zu treffen, Frau. Ja. Oh. Baby-Gerl, hm? Ähm. Ich werde euch alleine lassen. Ich werde nach außen warten. Ja. Und, äh, Herzlichen Glückwunsch. Ich werde nach außen warten. Ich werde nach außen warten. Kann ich sie halten? Okay. Wie? Oh, siehst. Sie ist so beautiful. Sie ist. Anna ist als ihre Mom. Mensch, Alter, sie will deinen Segen. Schwierig, schwierig. Und die Bullen wieder, irgendwo. Und die stehen jetzt gleich vor dem Krankenhaus, oder? Ja. Oh, fuck. Oh, oh, du musst, glaube ich, fighten. Ja, ich glaube. Oh, aus dem Fenster, Digga. Da ist eine Treppe. Oh, da ist kalt. So, geht nur der Weg nach oben. Eigentlich Schwachsinn, aber, was für zu machen? Ach, geil. Alter, du bist auch nicht der Hellste, wa? Statt rechts rum zu laufen, rufst du genau in der Arme. Ich bin rechts rum gelaufen. Sieg. Und nochmal. Tippen, 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 tippen. Da drin. Hey, yo! Oh! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, fuck! Hey, hey! Geh! Aus der Weg! Schau! Schau! Zurück! Wird er ja alles schaffen, die Tür einzutreten. Hat er geschafft! Tippen, tippen, tippen! Ja, Mann! Kommt gleich wieder. Ich glaube, du musst da lang, ne? Die Tür. Jetzt schnell, schnell, schnell! In die andere Tür rein! Äh... Komm schon, öffnen! Du bist unter Arzt! Ha! Hey! Ich glaube, ich muss mal mal einen anderen Controller nehmen, ey. Ist der so verranzt, oder was? Ja, der ist schon ein bisschen älter. Ähm... Außer nicht gedrückt, ey! Kriegt er vor... Kriegt von uns einen nahen neuen Controller zum Ebro, sonst nicht mal. Verstehe ich nicht. Oh! Dann muss ich erstmal in Ehren halten. Na ja. Komm schon! Komm schon! Hey! ... ... ... ... ... ... Oh, glasher du hast NoP. Hey! ... ... ... ... ... ... ... Oh, fuck. Auch ne geile Sicht. Ja, schön mit der Nase. Uppercut, Tritt, jawoll. Oh ja, Mortal Kombat, zack. Jawoll. Schön mit der Lampe, ehle auf den Nuss, ey. Ehrlich. Nice. Boah. Und jetzt hier. Alter, die Uschi hast erstmal hier eine Vollhörter rüber hier eben. Ich hab' den Frauen-Schläger, du. Ich hab' den Frauen-Schläger, du. Aber wir sind aber nicht allzu weit entfernt, ne. Ja. Da stehen wir hier, ne. Ja. Ja, ja. Ich hab' den Weg raus. Check the windows. Ich weiß nicht, ich glaube, dass er so dumm ist. Du wirst immer wissen, wo diese Fugitive sind. Ich bin nicht so sicher. Hey, du denkst, er kam durch die Ventilation? Ja. Es sieht so aus. Also, wo ging's? Ich glaube, er kam durch und fuß. Ja. Er muss schnell gewesen sein. Nur eine Erklärung. Aber da ist ne Treppe, oder? Es sah aus, als wenn... Ah, stimmt. Leiter, meinte ich. Ja. Ja. Oh, ich kann leider die Kamera nicht schwenken, ob da jemand jetzt... Puh. Hey! Stopp, du bist unter Arrest! Du kommst mit mir! Oh, krass. Oh, was? Musst du echt schießen? Schieß ins Bein! Oder so. Kann nur in die Luft schießen. Na, dann geh doch. Du musst laufen dabei. Ja, stimmt, ja. Ja, ist schon mal gut. Also, ich find's auch gut, dass wir jetzt hier nicht jemanden umbringen oder so. Mach die Straftschuss. Mach' noch mal einen Straftschuss. Mach' nochmal einen Straftschuss. Mach' Platz! Mach' Platz! Die Tür öffnet! Oh, Scheiße. Denk, Vincent. Denk. Ich habe schon gesehen. Scheiße. Siehst du halt mal so einen Balken über die Burschen, ne? Mhm. Okay, ich muss hier irgendwie raus. Schnell auf. Ja, ja. Ja. La la la. Okay. Okay. Ach, Mann. Diese ständige Renne geht mir so offen. Oh, ich komme hier gar nicht. Alter, wie mutig, ey. Oh, jetzt haben wir auch noch eine Geisel. Scheiße. Schieß doch rauf, wenn's geht. Heilig. Okay. Oh, fuck, fuck, fuck. Wie kann ich dir helfen? Okay. Mein Auto? Die Watte. Ja, die Watten. There he is. Okay. Oh, wir können echt das Auto steuern. Geil. Bong! Ah, Donnie. Die sind abgelenkt und jetzt kannst du den Special-Griff machen. Ist jetzt noch nix. Na ja, okay. Kommt da. Stimmt. Jetzt. Jawoll, Digga. Sauber. Sauber, Dunkel. So läuft das, Alter. Das entspannt ist entspannt. Jawoll. Geil. Spätestens. Neues Auto. Spätestens jetzt, richtig. Boah. Geil. Du bist sicher, das ist ein guter Pilot, oder? Ja, ziemlich sicher. Komm mal, Mann. Du weißt, ich bin kein Fan der Heiz. Ja, genau so weg. Komm. Erstmal noch schön am Schweißen da. Na? Schössner Caravan. Gut. Hey, Leo. Nice to meet you. You too. So? You're a friend, I guess? Yeah. I hear you, good pilot. Well, I don't know about that, but thanks. Okay. Emily. Does this thing fly? What does it look like a fucking bike? Of course it flies. Where are we going? Mexico. Mexico? You gotta be kidding me. That's way too far. I'm not flying to Mexico. Emily. You know I always pay you good. If you want to go to Mexico, you're gonna have to pay me way more than good. We'll pay you double. Just take us there. Double, huh? You good for that, Vince? Yeah. Yeah. Where are you going? Where do you think? Mexico. Come on, Harvey. You gotta believe me. I'm telling you the truth. I would never say anything. I would never do that. You know that. I didn't say anything. They tried to get me to say something, but I didn't. Because that's not what I do. You know that. You know you gotta trust me, Harvey. I promise. Please. Please. Let him go. Oh. Thank you. Thank you. Thank you. Oh, God. You're doing the right thing, Harvey. You're good, Harvey. You're a good man. Thank you so much. Thank you. I would never get into that. What are you thinking? We need more men. He's coming. Got it. Hey. Here you go. Hey Vincent. Who is this? Emily, really? Don't even ask. You ready? Yeah, I just need to fill her up. Help me out. Sure. The gas tank's right over there. Yeah. What do you think? Is this a good landing spot? Let me see. Yeah. Yeah. But it's gonna be a long walk through a dense jungle. That's fine. You could also parachute down here. That would get you way closer. No, no, thanks. I'm not good with heights. Whatever you want. Wait, Emily. Do you have parachutes here? I do. Hell no, Vincent. You crazy? You know how much time that would save us? I don't care. I haven't even seen a parachute before. It's not that hard. Just pull a cord. Right, Emily? Well, technically you're right. Come on. What do you say? So, sag du? Mhm. Fallschirm oder Flugzeug? Du bist für Fallschirm, ja? Ja. Ich auch. Aber, liebe Freunde. Das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Denn es ist leider schon wieder soweit. Die Folge hat schon Überlänge. Aber macht nichts. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Fliegen wir nach Mexiko? Springen wir mit dem Fallschirm? Oder landen wir das Flugzeug? Das erfahrt ihr auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Freunde. Wollte ich mich an dieser Stelle noch bei euch fürs Einschalten und verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung und einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Ja. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst einfach ein kostenloses Abo da. Dann seid ihr auch immer auf dem neuesten Stand. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine Lieben. Immer schön lecker bleiben. Ciao. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao. Sorry.